hallo und herzlich willkommen zurück zu steamworld... ach gott steamworld quest so rum hier kann man runter habe ich das letztes mal gar nicht gesehen glaube ich gehen wir hier noch mal runter und gucken okay da gibt es bestimmt noch mal irgendetwas geiles loot 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 immer schön looten ich kann nichts kombinieren kann immer noch nichts kombinieren und kann immer noch nichts kombinieren dann machen wir mal hier gift drauf der muss sowieso da angreifen heben wir es doch auf dass wir hier vorher mehr damage machen oh ich hätte dem gift geben sollen aber der hat mehr leben oh jetzt aber moment mal moment mal das brauche ich gerade nicht auch wenn du gib mir doch eine karte mach ich jetzt so jetzt habe ich eine kombi vermasselt ja ja ich weiß du baffst dich und baffst dich ohne... wo bleibt meine feuerkarten ach komm hey leg mich doch mach mal halt so und so und hüftklar von mir aus auch die generation brauchen wir jetzt auch cool jetzt kommt es ja ja klar ja wow das wird der match ok jetzt muss ich wirklich mit magie hier ran jetzt kommt es ja ja wenigstens haben wir Schilder jetzt Regeneration ist cool Bringt der eh grad nix Das Gift macht schon alleine hier Dinge Brauchen wir nicht, das brauchen wir Oh jetzt soll er jetzt stirbst zu kommen Oder fast Fast, zeige ich ja Ok Level Up Na komm, was haben wir hier Oh jetzt schon wieder so viel 3 Ernsthaft Ok Ok Nochmal Gift Boah, das wird hart, das wird hardcore Da unten gibt's bestimmt was voll Gutes Endlich kommt mal die Mädchen dran hier Einmal Halt das Schild Da wohl das Schild Zack Jetzt brauche ich dir Feuer Kumpel Mann Das wär cool Schade 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 Da ist doch was Also So Ja Und hier Ah Die Mädchen Killed ihn jetzt Huff ich mal Das sieht gut aus Das sieht gut aus Sieht gut aus Und tot Jetzt hauen wir erstmal eine Kombi raus Heil den hier Oh das geht gar nicht Oh das geht gar nicht Machen wir mal das hier Das hier Das hier Das hier Das hier Dann haben wir halt jetzt eine Kombi raus Oh Regeneration Sehr gut Boah das ist so krank Was die aushalten Wow Wow Segal wo er greift macht eh kein damage Ich hätte noch würfeln können Also Karten tauschen Ja Ja Das Wollen wir hier das Feuer in den Himmel Oh Jetzt will ich ja was sehen hier Mage hierhin kommen Jetzt haut sie raus Zack 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 Oh wir sind fast voll Was so schön ist Bei dem Wesen leben Da Bisschen so tanky im Moment Ja Ja dann machen wir doch Was da Das da Äh So So Genau so Jetzt möchte ich dreimal feuer sehen bitte Äh Das ist ok Machen wir es so Gift könnte auch mal wieder kommen Ach wir hatten ja Gift auf der Hand Es hält Ach wir hatten ja Gift auf der Hand Es hält Ich brauche hier Ich brauche hier Der hier Um, uh, uh-huh, uh-huh. Oh, das dürfte er tot sein. Ich war jetzt auch noch mal sicher, nochmal 3 damage gibt er auf jeden Fall. So. Ei, ei, ei. War ja ein Hardcore-Kampf. Ich will noch mal wissen, was hier drin ist. Ah, guck, siehste. Zwei Truhen, alter. Oh, Regeneration. Super Karte, ey. Schneesturm. Wow. Und allen Verbündeten. Wow. Aber Regeneration wollen wir auf jeden Fall rein. Regeneration. Einmal Schneesturm. Sollen wir den mal testen, ne? Ich will ja mal sehen. Also wenn wir jetzt hier noch viel übersehen haben, ey. Ich glaub, oben bei der Hände können wir... Okay, wir gehen ganz kurz hin. Weil hier oben sind wir, glaub ich, noch nicht lang. Da gibt's auch nochmal was. Haben wir vielleicht sogar 100%. Was machen wir jetzt noch? Oh, ja. Oh. Da habe ich was gehört, dass wir, äh, wir Damage machen. Sogar viel Damage. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich will die Regenerationskarte haben. Ach, komm, ey. war ja klar noch mal so absache der buff ist drauf oh Schneesturm probieren wir mal einen Schneesturm aus das geht noch so viel damage ist es gar noch unser Schild holt es dann eh wieder raus macht halt auch eh mit 2 damage das ist halt auch nicht schlecht hätte bestimmt killen können aber was so genau buff dich und sterb wir haben das haben wir gereckt da kiste kiste oh eine goldene kiste erstmal die hier auf Schrottungsgeld zum wiederbeleben Wasserpistole magischen Schaden das ist gut das müssen wir auf jeden Fall reinmachen weil der hat nur Faust was machen wir dann weg ich glaube Flicken machen wir weg haben wir jetzt Regeneration und Tiftler macht auch noch mal Heilung ab und zu das probieren wir mal ok Leute die Zeit ist schon wieder rum so schnell dann seht ihr in der nächsten Folge wie wir weiter runter gehen und diesmal wirklich den Wächter folgen also bis haut rein ciao so so so